Herzlich willkommen im Justy Club. Du befindest dich im Bereich Make-up. Das Thema ist Farbe und dies ist unsere erste Begegnung in dem Thema, also eine Einführung. Alle Materialien und Aufgaben des Blogs sind in drei Stufen untergeteilt. Basic, Fortgeschritten und Profi. Dabei geht es mir weniger um die Schwierigkeit, sondern vielmehr darum, wie tief du mit mir zusammen ins jeweilige Thema eintauchen willst. Du kannst dich selbst entscheiden, wie viel Zeit du investieren möchtest und wie weit du gehst. Du behältst den Zugriff auf alle Materialien, so kannst du jederzeit zurückgehen und eine andere Stufe aussuchen. In diesem Video möchte ich dir eine einfache Methode vorschlagen, mit welcher du schnell entscheiden kannst, auf welche Stufe du werden beginnen sollst. Und gleichzeitig ist es das, was nicht nur im Sport, sondern überall empfohlen wird, ein Aufwärmen. Hol deine Kosmetiktasche nach diesem Video und schaue dir deine Produkte aus der Sicht der Farbe an. Wie sehen sie farbig aus? Ich habe hier eine Palette und wir können schnell einen kleinen Test machen. Also du schaust dir die Farben an und beschreibst die spontan. Also nennst spontan die Farben und verfolgst ein wenig dabei die Art und Weise, wie du über die Farben denkst. Vielen Dank. Und noch ein wichtiger Hinweis über die Materialien. Die Stufen bauen aufeinander. Das heißt, wenn du auf der fortgeschriebenen Stufe unterwegs bist, dann schaust du dir die Basic-Materialien plus die Materialien der Stufe fortgeschrieben. Und die Profis mögen sich alles anschauen. Die wichtigen Erkenntnisse sind auf jede Stufe möglich und die Stufen ergänzen sich, wiederholen sich nicht. Lass uns unseren nächsten Turnier-Make-Ups bunt und farbfreudig gestalten.